Mein Name ist Hugh Packard. Ich kaufe Flugzeuge und optimiere sie dann. In der Luft. Diese EDS hier zum Beispiel ist klasse, aber ein bisschen zu schwer. Wir bauen alles ab, was wir nicht verstehen und schmeißen es weg. Das macht Spaß. Man weiß nie, was dabei passiert. Streiks, Gewerkschaften, gelbe T-Shirts. Diese Mitarbeiter hier, denen machen wir es nicht leicht. Aber sie machen einfach weiter. Irre. Wir zerstören hier nicht nur eine Firma. Wir zerstören einen Traum. Ich habe kein gutes Gewissen bei meinem Job. Hängen Existenzen dran? Da, der Sohn eines Mitarbeiters. Der ahnt nicht, was wir seinem Papi antun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017